Es ist aber auch schwierig da gewesen. 2 zu 4, die Niederlage am Ende. Achtung, jetzt Stefan Haase mit der Chance zum 3 zu 0. Haha, Stefan Haase. Stefan Haase mit der Chance zum 3 zu 0. Haha, Stefan Haase in der 44. Minute. Da hat er ein langes Bein gemacht und das Ding tatsächlich noch reingehauen. Da hat er ein langes Bein gemacht.